Okay, mit dem können wir jetzt wirklich noch nichts anfangen. Entschuldigung. Hallo. Wow. Tiefschläfer. Okay, hier kann man wirklich nicht viel machen. Ich will deine Juwelen haben. Wir brauchen Gold. Na komm, geh runter. Ne. Gib's auf. Die sind alle leer. Ne. Ja, wir haben Bier. Warte erst mal. Entschuldigung. Psst. Ich glaube, er schläft. Hallo, Kollege. Was ist denn mitgelöst? Er sieht betrunken aus. Ist er nicht. Er ist wirklich stockbesoffen. Ist er nicht. Oh, komm, gib dem mal noch ein bisschen mehr Bier. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Warum? Na klar. Gib's auf. Die sind alle leer. Hmm. Hey, hey, hey. Kann man den vielleicht bewegen? Diese fette Masse kann ich nicht bewegen. Warum nicht? Noch eine, ein Bier? Nein, wir haben kein Bier. Ähm, ähm, warte mal, warte mal. Gib noch mal runter. Noch eine, ein Bier? Ja, 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 wir haben Bier. Hier. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Ach, Mensch, warum denn nicht? Und sonst hat es hier auch nichts mehr. Können wir ihm vielleicht Bier geben? Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Und das Gutschein? Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Na, dann gehen wir hier runter. Stopp, wache, lass ihn nicht durch. Pff, nur für Zwerge im Dienst. Ich bin ein Zwerg im Dienst. Ich bin ein Zwerg im Dienst. Nein, bist du nicht. Das ist nicht fair. Also, zieh Leine. Wie war's mit Bestechung? Wie war's mit Bestechung? Bestecher? Bestechung? Ähm, an was hattest du gedacht? Ähm, Bier. Einen Moment bitte. Es wäre besser, dir fällt was Gutes ein. Ähm, wie war's mit einem Bierfass? Hast du Lust auf ein Bier? Hm, ich bin im Dienst. Na komm, ein Schlückchen in Ehren. Bringst du es herunter? Okidoki. Hier lang. Ja, na klar, wir kommen doch. Jetzt gibt's erst mal ne Bierparty. Bring es hierher. Brrrr. Brrrr. Nun, äh, wie wäre es mit deinem kleinen Gelage? Brrrr. Brrrr. So, na gut, dann bleib mal hier unten. Noch einer ein Bier? Ja, hier ist Bier. Da ganz genug. Brrrr. 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 So, nimm unsere Flasche. Ach, das Ding können wir gar nicht nehmen. Na gut, dann gehen wir mal runter. Wache! Wache! Zeit für einen scharfen Abgang. Wo ist dieser faule Kerl? Ja, halt doch die Klappe. Er macht wohl gerade wieder Pinkelpause. Nein, er trinkt ein Bier. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, ist das laut. Okay, wir reden mal mit ihm hier. Man hört gerade überhaupt nicht. Ich hoffe ein, ähm... Wie lange bist du schon ein Zwerg? Also, wie lange bist du schon ein Zwerg? Als Mann oder Kind? Niemals in meinem Leben höher als vier Fuß. Was? Ich verstehe gar nichts. Nein, niemals. Was? Wofür führt diese Türm? Schatzkammer. Okay. Weißt du, wo ich den Schlüssel finde? Weißt du, wo ich den Schlüssel finden kann? Nun, die heutige Schlüsselmache ist, äh, Eisenbauts Knochenbrecher. Der liegt bestimmt betrunken im Bierkeller. Der hat gut. Okay, gut. Du weißt, wie das ist. So, rede mal mit ihm da unten. Hallo. Er kann mich über seinen Bohren nicht hören. Dann rede mal mit ihm. Kommen wir vielleicht die Leiter runter? Hm. Können wir den Haken mit dem Eimer benutzen? Das geht doch so nicht. Geht nicht, okay. Fleisch. Die andere Sachen haben wir nicht. Ach, wir müssen hier mal raus. Wir versuchen jetzt erstmal den Schlüssel zu kriegen. Den hat ja, wie gesagt, der Typ. Ja, ja, ist doch gut. Huhu. So, geh mal weg. Ich will deine Flasche. Warum steht die eigentlich hier? Müssen wir bestimmt noch was machen. So, rede mit Zwerg. Er sieht betrunken aus. Der ist wirklich stockbesoffen. Komm, wir holen dem einen drüber. Das geht doch so nicht. Fleisch mit. Das geht doch so nicht. Können wir vielleicht mit dem anderen Zwerg reden? Der sieht betrunken aus. Der ist wirklich stockbesoffen. Und er hier? Der sieht betrunken aus. Der ist wirklich stockbesoffen. Hm. Okay. Ich glaube, so wirklich viel können wir hier noch momentan nicht machen. Noch einer ein Bier? Nein, wir haben kein Bier. Ähm, ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal raus. Wir haben ja noch hier das Glas, was wir auch für was benutzen können. Geh raus, komm. So, und das war... Länger werde ich diesen Bart nicht tragen. Ja, dann zieh ihn doch aus. Allmählich kratzt er. Zieh ihn aus, komm. Du darfst. Ich glaube, das war... Schon besser. Ja, ja, komm, Quatsch, nicht so viel. Das war, glaube ich, hier gewesen. Nein, war es nicht. Wieder zurück. Dann war es eben hier hochwärts. Wir gehen jetzt zu unserem kleinen Geburtstagsfreund. Genau, hier war das Höhleneingang. Tief in der Höhle gehen wir hinein. Mit einem Glas. Das ist sehr fein. Hier hat es ja auch nichts mehr irgendwie. Wie immer, hier überall noch irgendwelche Gesichter mit drin sind. Das habe ich, glaube ich, schon mal angemerkt. Hier auch. Da. Da ist noch ein Gesicht, ein Totenkopf. So, öffnet ihn mal. Hallo. Ja, wir setzen uns doch gleich. Mach das mal. Oh nein. So, komm. Benutze Suppe mit Glas. Hahaha. Hinein damit, mit diesen Gelums. Oh, wie es schon klingt. Ich hoffe, es schmecken. Genug dafür, Freund. Okay, noch eine Schüssel. Okay, noch eine Schüssel. Ist auf. Ist gut für dich. Oh nein. So, benutze. Spitzenglas mit Kiste. Das geht doch so nicht. Okay, dann... Verzehr. Komm, verzehr es nochmal. Verzehre deine Suppe. Nicht schon wieder. Komm, das schmeckt doch gut. Du, fertig? Ja. Nochmal. Oh nein. Ich habe keine Suppe mehr. Wie? Tut mir so leid. Ich muss nur noch mehr Zutaten sammeln. Okay, mach das. Bleib hier. Ich komme bald zurück. Okay. Gott sei Dank muss ich von dem Zeug nichts mehr runterwürgen. Ist da irgendwas auf den Tisch? Ähm, schau mal den Suppentopf an. Das ist der leere Suppentopf, in dem der Sumpfling seine Suppe kocht. Na, nehmen wir den mal mit. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen. Ähm, kann man die Kiste bewegen? Oh. Öffne mal die Falltür. Kann ich mich gar nicht mal dran erinnern, was da unten war. Ach. Ach, da kommen wir aber auch, glaube ich, momentan nicht weiter. Hey, hey, hey. Dieses Brett ist los. Okay, das kommt, wie gesagt, jetzt erstmal nicht weiter. So, dann mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. Wir benutzen mal unsere Postkarte und speichern mal. So, eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder zurück. Mir ist aufgefallen, ähm, wo ich mir das gerade nochmal angeguckt habe, wegen Sound und alles, dass alles hinhaut. Ähm, aber bei den Zwerg, da habe ich, glaube, noch eine Idee, wie wir da weiterkommen. Das war nicht hier. So, hier war das doch, glaube ich. Ähm, benutze mal deinen Bart. Ähm, Ja, du darfst nicht rein. Ich hab dir doch gesagt, dass du das haben sollst. Ja, 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 ja. Aber ich bin ein Zwerg. Hör zu, mein Freund. Zwerge tragen Bärte. Also, verzieh dich. Ich, äh, hab ihn abrasiert. Ich gebe dir drei Sekunden, um zu verschwinden. Äh, trage bitte deinen Bart. Dankeschön. Wow. So, komm, quatsch mal nicht so viel. Geh mal wieder rein. Ähm, wir haben ja die Fäder. Hallo, mein Freund. Hallo. Wie lautet das Passwort? Ähm, Tür öffnet es. Ist es wir? Du kannst rein. Na, endlich. So. Hinab mit uns. Komm, weiter. Benutze. Feder mit Zwerg. Ich glaube, das ging. Und dann kriegen wir den Schlüssel. Oh, verzeihung, damit ich ans Mikrofon gekommen. Genau. Kili, 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 kili. So, dann nehmen wir uns mal den Schlüssel. Die sind eh besoffen und kriegen das nicht mal mit. Haha. Haha, ja, genau. Richtig zum Weitpunkt. Gib uns all dein Gold. Komm, du laberst jetzt eh wieder, dass wir hier nicht lang dürfen, aber wir gehen da lang, auch wenn du das nicht möchtest. Wache! Wache! Zeit für einen scharfen Abgang. Ja, das hatten wir doch schon. Wo ist dieser faule Kerl? Er macht wohl gerade wieder Pinkelpause. So kann man es ungefähr sagen, ja. So, hier, was kann man mit den Haken? Kann man die mitnehmen? Oh, Mann. Ah, perfekt. So, komm, schnell, schnell. Benutze. Schlüssel mit. Heiho! Heiho! Wir sehen, wir liegen... Ich bin gekommen, um dich abzulösen. Ich bin gekommen, um dich abzulösen. Ich habe keine Lust auf eine weitere Stunde. Also verschwinde endlich. Mensch, dir können wir doch bestimmt irgendwas geben. Oh, das war... Das nimmt mir alles mit. Alles. Und bleib draußen. Ah. Sei still! Hab ich gar nichts gesagt. Bist du so schwer von Begriff? Verschwinde! Nein, du musst dich irren. Nein, du musst dich irren. Verschwinde, bevor ich dich in hohem Bogen rauswerfe. Ich möchte aber was geben. Mensch. Und bleib draußen. Nein, bleib mir nicht. Benutze. Schlüssel mit. Hier, wir können doch bestimmt auch was machen. Komm rein. Bist du so schwer von Begriff? Verschwinde! Du würdest es bereuen. Du würdest es bereuen. Warum? Weil ich dir ein absolut einmaliges Angebot mache. Ja. Was für ein Angebot? Ähm. Ich habe etwas in meinem Inventar, das du möchtest. Was ist das? Was ist das? Nun... Ähm... Gib. Was ist das? Double-Time mit betrunkenen Druiden. Und freier Eintritt. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Ähm... Geh einfach. Hübsche Juwelen, die du da hast. Na gut. Einen sollst du haben. Einen. Ich möchte aber 100. Juppieiiii. Und bleib draußen. Jaja, jetzt bleibt man auch draußen. Oh. Falsche geschliffen. Wer schleift die hier schon so? Machst du das? Ist auch egal. So, das weiß ich schon, wo wir das jetzt verkaufen können. Dementsprechend zumindest, wen wir das mal anbieten können. Dafür benutzen wir mal unsere Karte. Und gehen nochmal ins Dorf. So, dann mal hier unten lang. Shoppe. Shoppe. So. Hallo, mein Freund. Wie wäre es denn mit einem schönen Juwel? Hey, Junge. Interesse an einem günstigen Juwel? Gib mal her. Ich werfe einen Blick drauf. Ist schon ein echter, glaub mir. Der ist hübsch. Sehr hübsch. Zwergisch, nehme ich an. Es ist einer dieser Juwelen, der die Farbe ändert. Ich gebe Ihnen vier Goldstücke dafür. Vier. Vier Goldstücke? Das ist ein hochwertiger Stein. Okay. Wie wäre es mit, äh, zehn Goldstücke? Klingt zwar besser, ist aber immer noch Diebstahl. Okay, fünfzehn Goldstücke. Aber auch nur, weil mir Ihre Kleidung so gut gefällt. Lasst uns Runde zwanzig sagen und uns in Frieden trennen. Okay, okay. Achtzehn Goldstücke. Nein. Wie bitte? Also zwanzig. Sie machen ein hartes Geschäft und keine Fehler. Ja. Ich gehe besser und bringe das in Sicherheit. Tschüss. Was? Ich frage mich, wie er das gemacht hat. Das frage ich mich gerade auch. So, jetzt haben wir zwanzig Goldstücke. Das reicht zwar nicht für diesen, ähm, bei den Druiden, ne? Da brauchen wir dreißig. Aber wir können mal gucken. Wir hatten ja hier drinnen irgendwas gehabt. Und ja, ich weiß auch schon was. Was wir kaufen müssen. Deswegen tun wir nicht jetzt irgendwie lange rumsuchen und alles ausprobieren. Wir nehmen nämlich den Hammer. Da bin ich anderer Meinung. Ich möchte das kaufen. Das macht zwei Goldstücke. Aber sicherlich. Das ist ja Wucher. Vergiss es. Hä? Nein, das ist kein Wucher. Nimm es. Ich möchte das kaufen. Das macht zwei Goldstücke. Also dafür, dass ein Hammer zwei Goldstücke kostet und ein Bier ein Goldstück. Du bekommst einen kostenlosen Nagel dazu. Ja, wunderbar. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Ähm, ist der Hammer eigentlich schon sehr günstig. Ähm, dann hatten wir noch Flasche im Geist. Weißer Geist. Das ist ein Reinigungsmittel. Ich möchte das kaufen. Das macht ein Goldstück. Ja. Okay. Hier hast du das Geld. Das ist ein Reinigungsmittel. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Ich will nur ein bisschen stöbern. Ich glaube, sonst könnten... Ich danke dir.